Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Aber eines schönen Tages, als Tommy und Annika über den Zaun gucken, sehen sie etwas Merkwürdiges. Ein sehr kleines Mädchen kommt daher und trägt ein großes, lebendiges Pferd. Tommy und Annika glauben, sie sehen nicht richtig, denn ein kleines Mädchen kann doch nicht ein ganzes Pferd hochheben. Doch, dieses Mädchen kann es. Pippi hat in der Küche festlich gedeckt. Es gibt Schokolade und Schlagsahne und viele Kekse und Torten. Oh nein, hat sich Herr Nilsson schon wieder versteckt? Kannst du mir beim Suchen helfen? Da ist er! Hurra! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Also, die Gesundheitswelt über den ZDF für funk, 2017